Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch! Hallo und willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung des Films Never Let Go, dem neuen Film von Horrorspezialist Alexandre Angin und in der Hauptrolle haben wir Hellberry. Ich brauche keine Hellberry an meiner Seite, mir reicht die Schlogger auch aus. Hallo Schlogger! Hallo mein liebes Du! Meine liebe Schlogger, wir beide konnten diesen Film schon relativ früh sehen, wir werden diese Besprechung auch relativ früh aufnehmen, wir wollen ja immer ein bisschen Feedback bekommen, wann die Besprechungen entstanden sind und aktuell wissen wir auch noch gar nicht so richtig, ob diese Besprechung euch vorm Kinostart erreichen würde oder erst danach, weil es ein aktuell immer noch nicht wirklich datiertes Embargo gibt und das ist nicht allzu häufig. Ja, wir wissen also gar nicht, auch jetzt noch nicht, eigentlich wissen wir das sonst immer, da wird uns gesagt, okay hier bis einen Tag vor Filmstart kann der Film raus, kann die Besprechung raus oder keine Ahnung eine Woche vorher und jetzt wissen wir gar nichts, also im Worst Case hört ihr das hier am Tag, an dem der Film ins Kino kommt. Wann kommt er denn ins Kino? Das ist eine gute Frage und die kann ich dir ganz einfach beantworten. Unser aktueller Stand ist, dass der Film am 26. September startet. Ich weiß natürlich, du als große Horrorexpertin, ich sag euch nur, hört euch Schlogger mit Schlogger an, du kennst ja schon Minimum einen Film des Regisseurs, nicht wahr? Genau, den hast du mir aufgezwungen und zwar war das The Hills Have Eyes. Als du da im Kino saßt bei Never Let Go und du wusstest aus dem gleichen Regisseur wie The Hills Have Eyes, hattest du da schon irgendwelche düsteren Vorahnungen? Ich bin ja ein Trottel, ich wusste, ich kann mir ja keinen Namen merken, ich wusste doch nicht, dass als ich in dem Film saß, dass das der gleiche Regisseur ist wie The Hills Have Eyes. Für wie informiert hältst du mich denn? Also das wusste ich erstens nicht und ich wusste nichts über den Film, außer dass er Never Let Go heißt und dass Hellberry mitspielt. Und als er dann anfing und er fängt ja schon direkt mit Grusel und Jumpscare an, da dachte ich schon, was habe ich mir hier angelacht, was soll die Scheiße, oh nein. Und ich gehe ja auch nicht mit in den Film raus, das mache ich nicht. Aber ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass es ein, also das Genre des Films ist ja Thriller, eigentlich Psycho-Thriller und ein bisschen Horror, so habe ich es glaube ich herausgelesen. Aber ich saß drin und dachte, das ist ein Horrorfilm, warum gucke ich das, warum informiere ich mich nie früher? Ja, also ich würde ihn auch ganz klar unter die Kategorie Horror einordnen, Thriller durchaus, aber auch Drama, darüber reden wir dann gleich. Wir werden das hier versuchen, so spoilerfrei wie möglich zu handhaben, werden aber sehr, sehr wahrscheinlich dann nach unserem Fazit nochmal einen Spoiler-Part ranhängen, weil es in dem Film durchaus Sachen gibt, über die kann man reden, über die kann man diskutieren, über die kann man interpretieren, das könnte ganz interessant werden, bleibt dann gerne dran, aber wie gesagt, unter der Vorsicht, weil Spoiler, aber zuerst einmal ohne Spoiler. Ohne Spoiler besprechen wir alles, was im Trailer auch gezeigt wird. Also wenn ihr den Trailer nicht gesehen habt, dann macht auch diese Besprechung jetzt aus, ist ja sonst Quatsch. Ansonsten bis zum Spoiler-Part, seid ihr da Trailer bewandert, könnt ihr hier ruhig weiterhören. Ja, also wir werden jetzt erstmal alles soweit erklären, wie weit auch das Marketing alles erklärt hat. Liebe Schlöger, kannst du uns eben kurz sagen, never let go, worum geht es? Also wir befinden uns in einer Welt, in der die Apokalypse passiert ist und in der eine Mutter mit ihren zwei Söhnen im Wald lebt. Die leben nach strengen Regeln, denn sie leben, das erklärt die Mutter ihren Söhnen auch immer wieder, die Söhne sind so, wie alt sind die, zehn, elf, sowas, neun, elf, genau, sind Zwillinge. Ich würde sagen, die sind, aber das, Entschuldigung, ich muss gleich reinhaken, aber ich kenne mich ja nicht aus, aber das sind Zwillinge, aber sie sind nicht ein Eich, ne? Richtig. Und nicht ein Eichige Zwillinge müssen auch, sehen aus wie unterschiedliche Menschen, genau. Und die leben, genau, die leben in diesem Haus und das Haus wird ihnen erklärt, ist sozusagen heilig. Das Haus ist das Einzige, was zwischen ihnen und dem Bösen, jetzt müsst ihr euch in Großbuchstaben vorstellen, steht. Und wenn sie in den Wald müssen, weil sie ja logischerweise sich irgendwie ernähren müssen, dann dürfen sie das nur, indem sie mit einem langen Seil an das Haus gebunden sind. Also sie laufen wirklich mit um die Hüfte an einem langen Tau, laufen sie durch den Wald durch, bleiben dabei auch immer mal wieder hängen. Und deswegen heißt der Film auch so, wegen Never Let Go, also du darfst niemals dieses Seil, also im Prinzip das Haus, loslassen. Und wenn das auch nur für einen kurzen Moment passiert, ist die Mutter total streng und du musst dich auf so ein Holztür knien und irgendein Gebet aufsagen. Also kurzum, die Mutter ist ziemlich streng und Erklär hat ganz feste Regeln aufgestellt, die ihre Kinder und sie eben vor dem Bösen schützen. Und wenn dich das Böse einmal berührt, wenn du nicht von dem Seil oder dem Haus geschützt wirst, ins Haus kann das Böse nicht, dann ist es vorbei. Sie wurde vom Bösen schon berührt, so erzählt sie es, und kann deswegen auch die ganzen schrecklichen Sachen im Wald sehen, die wir als Zuschauer dann natürlich auch zu sehen bekommen. Und was das Marketing jetzt auch macht, es deutet an, dass einer der beiden Söhne anfängt zu hinterfragen, ob das, was die Mutter da erzählt, denn so stimmt. Soweit die Synopsis. Denn, was, das ist glaube ich noch wichtig zu sagen, die Mutter sieht dieses Böse nur, Kinder sehen es halt eben nicht. Das heißt, es gibt gleich zu Beginn, wird das alles so vorgestellt und dann gibt es so die erste Situation, wo eines der Kinder halt versucht, an, glaube ich, ein Ei ist es ranzukommen. Denn, muss man sagen, die ernähren sich halt selbst, die sind halt von Mutter an der Natur angewiesen und anscheinend war der letzte Winter recht hart. Und der Hunger ist sowieso ein großes Thema. Und dann versucht einer der Jungen halt eben dieses Seil loszulassen und dann sehen wir aus der Perspektive der Mutter halt eben dieses Böse. Ich finde den Ansatz des Films sehr interessant, denn dieses Sinnbild, dieses Seil, was mit dem Haus verbunden ist und damit sind ja auch die Kinder mit der Mutter verbunden. Es gibt einen sehr interessanten Aspekt in dem Film, wie ich finde. Einer der beiden Jungs sagt im Film zwei, dreimal, aber sie liebt mich mehr. Und das ist genau halt eben der Junge, der nicht der Rebell ist. Und das ist unter vielen Aspekten eigentlich total interessant, denn ich weiß, du hast den Film Heritage nicht gesehen. Aber auch dieser Film hat durchaus die Thematik der psychischen Erkrankung. Und der Film lässt ja gleich zu Beginn auch relativ viel Interpretationsspielraum, ob das vielleicht nicht wahr ist, was die Mutter erzählt. Denn wir sehen diese Bedrohung zwar, dieses Böse, aber es ist ja immer eine ganz klare subjektive Perspektive der Mutter. Und ich finde, die größte Spannung aus dem Film war für mich lange Zeit wirklich die Frage, ist es wirklich so, dass das Böse die Welt überrannt hat oder haben wir es hier vielleicht mit einer, ich möchte einfach mal sagen, mit einer geisteskranken oder mit einer psychisch kranken Person zu tun, die diese Krankheit ein bisschen auf ihre Kinder überträgt? Ja, aber das ist doch, genau, das ist für mich auch ganz klar die Hauptspannung hier in diesem Film. Du hast quasi die Frage, existiert das Böse und damit das Übersinnliche? Oder ist es jetzt böse gesagt wieder Elevated Horror? Also es ist alles nur in ihrem Kopf und damit dann auch der Horror impliziert, weil dann es eben nichts Übersinnliches gibt, sondern die Mutter ihre Kinder unbewusst quält. Und das ist die Hauptspannung des Films. Für mich als Horror-Laie kommt natürlich noch die Horrorspannung dazu. Also wir hatten ja am Anfang direkt Jumpscares, dass wir so, wir sehen so eine Art Leiche. Und auch die Bilder, die die Mutter sieht vom Bösen, die sind auch teilweise echt creepy. Also da werden Augen ausgehackt, da werden Hälse gebrochen, da sieht man rumkrabbelnde Viecher. Also ich hoffe, das ist jetzt kein Spoiler. Ich glaube, das sieht man auch im Trailer. Und da kommt noch die indirekte Spannung her. Das ist wirklich für mich, also ich musste wirklich, ich hatte immer Angst vor dem nächsten Jumpscare und vor den Bildern auch ein bisschen. Aber was du eben sagst, das macht doch den Reiz aus. Also ich bin ja nicht so bewandt in den Horrorfilmen und ich habe, glaube ich, ein paar Sekunden länger gebraucht, um auf den Trichter zu kommen. Moment, es könnte ja auch sein, dass das alles gar nicht wahr ist, was die Mutter sich da überlegt. Aber ich kam natürlich früher drauf als der Junge, der eine Sohn. Und dann fand ich es echt spannend. Also ich hatte Angst, dass der Film ganz lange braucht, um da hinzukommen oder er kommt da gar nicht hin und am Ende kommt irgendwie so ein krasser Twist. Und fand es deswegen toll, dass ein Junge da relativ schnell drauf kommt und dass die Protagonisten dann darüber selbst, dass daraus die Spannung kommt, was du gesagt hast, dass die Figuren selber das dann auch überlegen. Und das fand ich dann cool, also dass es den zwei Söhnen, dass es da auch so einen Spalt dann gibt und eine interne Spannung dann. Eine interne Spannung, die auch dadurch verstärkt wird. Ich sagte es ja schon, dass ja das Thema auch Hunger ein ganz großes Problem ist, weil sie ja immer weiter weniger Essen bekommen. Und natürlich stellt man, also ich zumindest, habe mir dann irgendwann auch Fragen gestellt, ja gut, aber wenn das jetzt so eine Fantasterei von der Mutter ist, aber die sind halt wirklich, da ist ja niemand irgendwie um sie herum. Und klar, das ist ein Waldgebiet, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie irgendwie ihre Kinder, die halt eben irgendwie zwischen acht und zehn Jahre alt sind, da jetzt so lange großgezogen haben, ohne dass da jemals jemand hingekommen ist. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Warum denn nicht? Also man sieht doch, wie trickreich sie sich da ernähren. Also die essen ja irgendwann auch. Ja klar, aber dass du da zehn Jahre lang keinen Kontakt zur Außenwelt hast, dass da nicht mal ein Wanderer kommt, ein Förster, was weiß ich, finde ich halt, also das waren halt die Fragen, die mich beschäftigt haben. Wirklich, das hat mich überhaupt nicht gestört. Da war ja auch noch ein Mann dabei, aber da war es noch eine Person mehr, die sich drum kümmern konnte. Ich glaube schon. Ich hatte eher das Gefühl, dass die da so lange gut leben konnten. Sie betont ja auch immer wieder, dass sie nur wenig haben, weil der Winter so hart war. Und ich hatte auch das Gefühl, dass die ein bisschen das leer gefressen haben, weil es eben dann manchmal auch besser ging. Ja, wie gesagt, aber allgemein, meine Frage war halt eben, okay, wenn das jetzt nur von der Mutter eine Fantasterei ist, nennen wir es mal einfach so, ist es für mich einfach schwer zu akzeptieren, dass sie da zehn Jahre lang in diesem Haus wohnt, im Wald, und da soll nie jemand hingekommen sein. Das stört mich überhaupt nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich sage nicht, dass es mich zerstört. Ich habe nur gesagt, dass die Frage war, die aufgekommen ist. Und die dann wiederum so ein bisschen das befeuert hat, dass vielleicht ist ja diese, in Anführungszeichen, Fantasterei der Mutter doch echt. Ach, während des Films. Okay, aber die Mutter erklärt das ja. Sie sagt ihren Kindern, das Böse kann jede Form annehmen und es weiß, wie es euch austricksen kann. Da könnte man es natürlich argumentieren. Dadurch, dass man das Böse nur sieht, wenn man berührt wurde, dann würde das ja, wie du sagst, wenn dann tatsächlich jemand, ich weiß jetzt nicht, wie weit wir darüber reden können, ohne zu spoilern, ich rede einfach nicht weiter. Aber sie erzählt ihren Kindern, das Böse kann jede Form annehmen. Es gibt einfach sehr viele Anhaltspunkte, die dafür sprechen, dass das Böse vielleicht wirklich in der Welt gerade umhergeht und sie quasi die letzten Überlebenden sind in einer Art, ich nenne es mal Postapokalypse. Es spricht aber genauso viel dafür, dass die Mutter einfach einen Knallwerk hat. Ja, das ist doch super. Ich fand das cool. Ich beschwöre mich da auch gar nicht drüber. Nicht falsch verstehen, ich beschwöre mich da nicht drüber. Ich finde das tatsächlich sehr, das ist halt die große Stärke des Films. Mein Problem ist, glaube ich, mehr, ich finde, der Regisseur der Alexandre Aja, der kann Horror gut inszenieren, wenn es darum geht, drauf zu hauen. Das ist ja selbst gesehen bei der Hill-Serve-Eise. Wenn es aber darum geht, so Feinheiten auszuarbeiten, finde ich, ist er nicht der beste Mann. Denn ja, er arbeitet hier auch mit obligatorischen Jumpscares. Es gibt auch so ein paar Szenen, die überraschend hart sind. Jetzt nicht hart wie der Hill-Serve-Eise, aber es gibt durchaus so ein paar von diesen, ich nenne es mal bösen Erscheinungen, wo ich auch dachte, okay, das ist schon krass, das, was er gerade zeigt. Aber er geht mir dann doch nicht so sehr in die Tiefe. Er ist letztlich für meinen Geschmack dann doch mehr daran interessiert, einen für den kurzen Moment zu schocken. Aber so richtig tief reingehen in die Psychologie, finde ich, geht er halt nicht. Da merkt man schon, er ist jetzt kein Robert Eggersen, ist auch kein Ari Aja. Ja, aber auch, er geht nicht tief rein in die Psychologie, aber er geht auch nicht tief rein in die Härte. Also deswegen meinte ich, ich habe mich ein bisschen gezögert, ins Horror-Genre zu gehen, was auf jeden Fall da ist. Aber es ist eigentlich eher ein Psycho-Thriller mit eben Grusel- oder Horrorspitzen. Und für mich als Laie ist das dann schlimm. Aber für einen Horror-Fan ist es nicht schlimm. Und ich könnte mir vorstellen, dass man dann von dem Hill-Serve-Eise-Regisseur dann da mehr erwartet hat. Und das ist, glaube ich, eine kleine Kritik, die man dann dem Regisseur vielleicht vorwerfen kann hier. Weil klar, du sagst, es gibt Spitzen, aber so schlimm waren die dann auch nicht, muss ich sagen. Ich muss sagen, er hat ein paar nette Einstellungen. Ich finde auch sehr schön, es gibt so ein Motiv, das sich durchzieht, und zwar das Motiv von Schlangen. Also gerade so diese Schlangenhaut, die siehst du immer mal wieder. Ich dachte zu Anfang, sollen das vielleicht so Bienenwaben sein, aber dann wurde klar, nee, das soll eine Art Schlangenhaut sein. Das ist dann in der Hinsicht auch interessant, weil eine Schlange ja auch ähnlich aufgebaut ist wie ein Seil. Und ein Seil ist auch sehr wichtig. Also da stecken schon ein paar interessante Faktoren drin. Ich finde halt nur, dass der Regisseur, der werte Alexandre, der Alex, nehmen wir mal Alex. Alex. Der macht das schon für meinen Geschmack echt ganz gut. Aber ich kam halt aus dem Film raus und dachte mir so, boah, mit einem anderen Ansatz, mit einer anderen Regie, glaube ich, hätte ich den richtig hart abgefeiert, diesen Film. Okay, Moment, also einmal das mit der Schlange, das hat ja noch eine andere Symbolik. Das fand ich dann schon ganz interessant. Und dann hast du, du meinst gerade, du hättest mit einem anderen Regisseur anders abgefeiert. Und du hast vorher gesagt, dir ist der Psycho-Aspekt nicht tief genug. Damit meinst du ja das Gleiche, richtig. Was hättest du dir denn gewünscht, was irgendwie anders dargestellt worden wäre? Kannst du das sagen, spoilerfrei? Er ist halt einfach relativ plump. Ich finde ihn halt wirklich relativ plump. Ich meine, das ist jetzt gar nicht so sehr böse. Aber er ist im Aufbau und in seiner Durchführung des Schauspiels, des Schreckens. Und auch die Charakterwandlungen, nenne ich es mal, die diese Figuren, das sind ja nicht viele Figuren in dem Film, durchmachen. Ich als jemand, der, ich will jetzt mich hier nicht hinstellen als der absolute Horror-King, aber der halt schon ein paar Horrorfilme gesehen hat, es gab wenig in dem Film Sachen, die mich jetzt wirklich überrascht haben, was ich jetzt gar nicht so wild fand. Aber es gab auch wenig, was mich emotional wirklich mitgenommen hat. Weil mir halt eben dann doch die Figuren zu sehr Abziehfiguren waren. Okay, und dann würdest du, du hattest ja schon Hereditary genannt, oder welchen Film würdest du denn da als Schaut euch lieber den an nennen? Ich finde eben bei diesem Vergleich immer ein bisschen müßig. Ich würde halt so sagen, es ist schon eine Art von Horror-Konzept, ähnlich wie bei The Quiet Place. Da ist ja, du darfst ein Geräusch machen. Da musst du dich auch dran denken, ja. Bei Bird Box ist es ja, du darfst das Böse nicht ansehen. Und hier ist es halt im Grunde, du musst die ganze Zeit dieses Seil um dich rum haben, ansonsten passiert dir irgendetwas Böses. Von diesen zwei anderen Titeln ist Never Let Go schon derjenige, der für mich zumindest am interessantesten ist, weil da eben relativ viel drin steckt. Aber ich sag mal so, der Regisseur hatte die Farben zur Hand, aber ich finde, er nutzt sie nicht alle richtig. Aus meinem, aus dessen Geschmackssache. Und du kannst auch nicht genau sagen, wie er sie hätte anders nutzen können. Ich glaube, ich komme immer wieder darauf zurück, dass der Film halt einfach sehr plump ist. Okay, plump. Also da, wo ich mir vielleicht einen schleichenden Schrecken gewünscht hätte, da hält er halt eben drauf. Ja, verstehe. Ich will nicht sagen, dass es mich stört. Ich kann nicht sagen, dass ich nicht unterhalten wurde von diesem Film. Aber da waren halt schon Aspekte drin, wo ich sage, für meinen Geschmack hat es halt, es hat mich unterhalten, ja, aber ich nehme halt daraus nicht so richtig viel mit. Und ganz am Ende, das werden wir dann im Spoiler-Part vielleicht auch besprechen, muss ich sagen, war mir auch so ein bisschen unklar, was willst du jetzt eigentlich von mir, lieber Phil? Ja, da können wir gerne Spoiler, denn auch ich habe lange mit meinem Mick-Gucker dann über das Ende diskutiert, von zwei völlig unterschiedlichen Seiten dann aus. Das war übrigens, lass mal auch sagen, also nach der Vorstellung bei uns war es auch so, da haben wir auch wirklich noch so 20, 30 Minuten lang mit verschiedenen Leuten über den Film geredet. Das ist immer ein gutes Zeichen. Also da muss man schon mal sagen, wenn es darum geht, dass ihr einen Film sucht, wo ihr danach Redebedarf habt und der auch unterhaltsam ist, ist Never Let Go, finde ich, kann man sagen, ein guter Kategor. Ja, und er ist gut gemacht, auch handwerklich, da sind wir uns ja auch einig. Ja, also was ich wirklich toll finde, er hat so eine Ästhetik, der wirkt sehr geerdet, der Film. Also nicht nur deswegen, weil er im Wald spielt, aber er hat nicht diese, er fühlt sich nicht an so von der Bildsprache her und von der Inszenierung wie Hollywood. Es wirkt sehr rustikal, finde ich. Ach, und was mir noch einfällt, okay, die Inszenierung, genau, die Bilder sahen ganz cool aus teilweise. Ich meine, er spielt halt im Wald. Wie fandest du denn die Schauspieler und im Speziellen jetzt auch die, klar, Hellberry, ich glaube, da müssen wir nicht so viel drüber reden, das können wir schnell abhandeln, aber dann auch die Kinderschauspieler. Wie ging es dir denn mit denen? Also die beiden Jungs, ich glaube, der eine heißt Percy Dex, der vierte und der andere heißt Anthony Jenkins, die machen wirklich einen guten Job. Und vor allem, ich kann sie halt beide auch irgendwie verstehen. Der eine ist halt wirklich so mehr, um es mal grob zu sagen, so mehr das Muttersöhnchen, was ich auch nachvollziehen kann. Und der andere rebelliert halt mehr, der hinterfragt halt alles. Das alles, also ich verstehe die Motivation der beiden, verstehe ich durchaus. Und da wir auch gesagt haben, es geht ja auch so ein bisschen um die Frage, ist das nur Fantasterei und gibt die Mutter vielleicht ihre, und ich nenne es jetzt einfach mal Psychose. Ich weiß nicht, ob es eine Psychose ist, ich bin kein Fachmann, ich nenne es einfach so, einfacher, dass die Mutter vielleicht ihre Psychose ja weitergibt. Und es gibt ja auch diese Theorie, dass diese auch psychologische Krankheiten vererbbar sind. Und das ist vielleicht einer der Jungs halt hat und der andere halt eben nicht. Auch das ist ein Faktor des Films, der ganz interessant ist. Und ich finde, dass sie es relativ gut gemacht haben, auch wenn der Film sehr wahrscheinlich auch ein paar Dinge vereinfacht. Denn ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich hatte schon das Gefühl, dass ich nach ungefähr zehn Minuten wusste, wer vor den Jungs eher in der Kategorie ist, okay, das wird jetzt der in Anführungszeichen Held. Und der andere wird vermutlich eher derjenige sein, der das Ganze ein bisschen erschwert. Du meinst jetzt abgesehen von der Inszenierung und wie oft der uns gezeigt wurde, sondern dass man ganz klar gesagt hat, okay, das sind Abziehbilder, der eine ist der Starke, der andere ist der Schwache. Oder jetzt ganz platt gesagt. Genau, genau. Es gibt ja auch die eine Situation, das kann man ja glaube ich verraten, der eine ist ja ein Schlafwandler. Mhm. Und ich finde, da merkt man auch schon, dass alleine, also ihm wird halt diese in Anführungszeichen wieder so eine Art Schwäche, Schwäche, Schwäche angedichtet. Also das wird ja schon so, weil er darf ja nicht rausgehen, aber er schlafwandelt hat, deswegen hat er auch so ein Glöckchen. Ich finde, das Drehbuch macht das schon aus meiner Sicht relativ klar, wer von den Jungs halt derjenige ist, der so versucht, seinen eigenen Weg zu gehen. Und das kritisierst du ein bisschen? Das ist ja, oder das passt so ein bisschen zu der Plumpheit? Also ich stelle es fest, ich würde ja nicht sagen, dass es eine Kritik ist, weil es funktioniert halt ganz gut. Wie gesagt, da haben wir die Sache, der Film ist halt schon in vielen Aspekten plump, aber ich finde halt, dass so eine Art von Plumpheit nicht zwangsläufig was Schlechtes ist. Ja, ja, verstehe, okay. Ja, gut, dann, ich würde auch sagen, aber geht es dir denn auch so? Ich meine, jetzt habe ich die ganze Zeit, du hast mich ja quasi ausgelöchert und ausgefragt, als ob ich den Film nur gesehen hätte, aber du hast ihn ja auch gesehen. Ja, also ich fand auch die Schauspieler ganz gut. Mir hat Hellberry gefallen und ich fand die Kinderschauspieler auch okay. Also die sind mir nicht negativ aufgestoßen und das kann man ja schon als gut werten. Was ich ja noch sagen kann, wir beide, ich mache mal kurz unverschämtweise Werbung für unser Podcast-Projekt Schocker mit Schlocker und seitdem ich mit dir halt öfters mal Horrorfilme gucke, fällt mir erst auf, wie viele Horrorfilme es gibt, in denen Kinder halt in Mitleidenschaft gezogen wurden. Weil du hast mir früher gesagt, du kannst das nicht sehen als Mutter, das kann ich ja auch verstehen. Und ich dachte immer so, ja gut, aber so viele Horrorfilme sind es ja jetzt nicht, wo Kinder in mir sind. Und jetzt gefühlt ist jeder zweite Horrorfilm arme Kinder die ganze Zeit. Ja, anscheinend scheinen viele Eltern auch Horrorfilme zu machen, jetzt zu überlegen, was ist das Schlimmste, was wir machen können? Ach ja, wenn Kindern was passiert. Und tada, da haben wir den Salat. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin soweit ausgeredet, zumindest das, was ich spoilerfrei sagen kann. Ich weiß nicht, ich möchte dir natürlich jetzt gerne noch die Gelegenheit geben, dass du noch irgendwas ansprichst, was wir vielleicht spoilerfrei beantworten können. Nö, wir können da gerne das erste Fazit machen, dass die sich nicht spoilern lassen. Ihr könnt dann unser Fazit hören, ins Kino gehen und dann den Rest weiterhören. Und mit uns diskutieren, wenn ihr euch nicht selbst zu Tode diskutiert habt. Gut, dann bitte, Schlogger, dein spoilerfreies Fazit zu Never Let Go. Was? Ich muss jetzt ein Fazit machen? Ja, du musst jetzt anfangen. Das habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Also, ich fand den als labiles Wesen, fand ich den sehr spannend, weil ich wirklich aufgeregt war und ich eben Angst hatte, was da jetzt als nächstes kommt. Man kann es kritisieren, dass es eben dann zu Jumpscare-lastig ist. Keine Ahnung, fand ich jetzt nicht. Und eben diese Frage, ist das Fantasterei oder ist das wirklich passiert? Das fand ich ganz interessant und war für mich auch ganz cool, da so mitzuüberlegen. Auch toll, dass die Figuren auch gleich auf den Trichter kommen und dass wir dann nicht als omnipotenter Zuschauer sitzen. Und das fand ich von der Idee her ganz cool. Ich bin ja, ich habe auch das Gefühl, ich konnte den Film ein bisschen mehr genießen, weil ich noch nicht so viele Filme in die Richtung gesehen habe, obwohl ich tatsächlich Bird Box und The Quiet Place kenne. Aber die haben ja nicht diese Frage, gibt es die Bedrohung in echt? Oder nicht? Deswegen hatte ich ihr durchaus eine gute Zeit und auch die Diskussion am Ende hat mir Spaß gemacht. Wie ging es dir? Mein Fazit sieht ähnlich aus. Ich habe wenig von dem Film erwartet. Ich war da noch sehr angetan. Was ich halt spannend finde, das habe ich dir, glaube ich, auch schon mal erzählt, als wir mal drüber geredet haben. Der Film ist ja von Lionsgate und ich glaube, ich weiß nicht, wie er besprochen wird, weil wir, wie gesagt, überhaupt gar keine Ahnung haben, wann überhaupt diese Embargo fällt. Aber ich kann mir vorstellen, dass der Film vermutlich so mittelbesprochen wird. Das ist aber eine Theorie. Und ich glaube, wenn der halt nicht von Lionsgate wäre, sondern von A24, dann würde er, glaube ich, mehr als Elevated Horror wahrgenommen werden. Und was ich an dem Film schätze ist, er hat die Thematik eines Elevated Horrors, aber er ist dann doch halt eben mehr, also er nutzt dann eher die gröbere Keule. Jetzt nicht so grob wie The Hills of Ice, aber man merkt schon meines Erachtens, dass der Aja, der Regisseur, schon gerne mehr darauf guckt, wie er die Leute jetzt unterhält und erschreckt. Finde ich nicht schlimm. Ich bin sehr dankbar, diesen Film gesehen zu haben. Er war anders als erwartet, fand ich zumindest. Nicht alles funktioniert für mich, aber insgesamt war ich dann doch recht angetan von Never Let Go. Ja, und es ist vielleicht in unserer heutigen Zeit, in der Elevated Horror fast schon als Schimpfwort gilt. Ganz interessant, einen Film zu gucken, dem man dann dabei zuguckt, ob es jetzt klassischer Horror, in Anführungszeichen, mit Übersinnlichem ist, oder eben das verpönte P-P-Elevated Horror. Gut, dann sind wir hiermit soweit durch und jetzt werden wir spoilern, letzte Warnung. Spoiler, Spoiler, Spoiler. Ach, du bist so übervorsichtig. Also, liebe Schlucker, wie sehr hat dich der Film überrascht? Okay, die erste Sache, bei der man überrascht wurde, ist, dass irgendwann sperrt das eine Kind ja die Mutter ins Gewächshaus, um zu beweisen, dass auch ohne das Haus nichts passieren kann. Man muss aber dazu sagen, dass die Mutter da auch was vorhat, was schon sehr krass ist, nämlich die haben einen Hund und weil sie Hunger leiden, will sie den Hund jetzt umbringen, um ihn dann zu essen. Ja, das ist wirklich krass, aber das finde ich ist auch schon Diskussion wert. Wenn du wirklich Hunger leidest, dann esse ich doch lieber den Hund, anstatt dass meine Kinder sterben. Aber das ist ja eine interessante Dynamik, weil der eine Sohn, der ihr ja recht gibt, sie machen ja wirklich so ein Gespräch am Küchentisch, es ist ja nicht so, dass die Mutter immer rausgibt und den Hund umbringen möchte, die redet ja wirklich mit ihren Kindern. Also, ich hatte auch immer das Gefühl, sie will ja auch wirklich eine verantwortungsvolle und gute Mutter sein. Ja, also ob sie das immer so... Also, in ihrer Perspektive, ich finde, sie gibt sich schon Mühe. Also, in ihrer Welt gibt sie sich wirklich Mühe. Ja, sie macht aber auch ganz schön viel Scheiß. Ja, klar, aber du darfst halt, glaube ich, nicht davon, also in ihrer Welt, wie gesagt, nicht gibt sie sich Mühe. Ja, in ihrer Welt. Okay, darauf können wir uns einigen. Ja, okay. Und sie, ja. Und es gibt dieses Gespräch und der eine Sohn, also der halt auch zwei, drei Mal im Film sagt, aber mich liebt sie mehr. Das sagt er ja nicht wirklich. Das hast du vorhin schon gesagt. Das ist ja am Anfang, ist das ja nur ein... Das stimmt. Jetzt fällt mir gerade was auf. Die zwei Jungs sind im Wald und dann hört man plötzlich ein Flüstern, ähm, sie liebt mich mehr. Und dann dreht sich der eine um, der Rebell, und sagt, hä, was hast du gesagt? Und daraufhin passiert so ein kleiner Unfall. Und das suggeriert ja, dass er das Böse gehört hat, obwohl er nicht davon berührt wurde. Und das, ähm, wir kommen ja gleich noch darauf, warum das jetzt ein interessantes Licht wirft. Ja, okay. Und der eine Sohn, wie gesagt, sagt, ja, wir müssen den Hund opfern. Und der andere Sohn, der auch sehr dem Hund zugetragen ist und der Hund schläft auch in seinem Bett, der ist halt dagegen. Und deshalb, die Dynamik ist halt interessant, weil der Rebellensohn ja wirklich auch auf einer Suche ist nach einem ganz klaren Beweis, ja, das, was Mutter erzählt, stimmt. Und diesen Beweis findet er ja einfach... Der Rebellensohn ist auf... Der will beweisen, dass das, was Mutter sagt, stimmt nicht. Ja, genau. Aber er ist ja quasi damit auch auf der Suche nach einem Beweis, dass es stimmt oder halt eben nicht stimmt. Ach, du hast recht. Okay. Das meine ich damit. Ja, ja. So. Und dann nimmt sie halt den Hund mit der Armbrust und geht in dieses, ich nenne es mal Gewächshaus. Und ja, und dann cuttet der Sohn, also der Rebellensohn, das Seil mit einer Machete ab. Und dann gibt es halt eben diese Konfrontation von Mutter und dem Bösen. Das Bösen ist wohl in der Gestalt ihrer Mutter. Und dann kommt es zu einem Moment, den ich auch überraschend fand, weil da sind wir... Wie lange dauert der Film? Eine Stunde vielleicht? Ein bisschen Zeit ist vergangen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass es die letzten... Also der Film dauert anderthalb Stunden, aber du meinst, an der Stelle ist es so eine Stunde. Als zwei Drittel sind vorbei. Ja, denke ich auch. Und dann nimmt sich halt Halle Berry eine Glasscherbe und schneidet sich von links nach rechts die Kehle auf. Und da dachte ich wirklich auch, okay, das habe ich nicht kommen sehen. Das überrascht mich. Ich hatte kurz überlegt, okay, kommt jetzt wirklich so dieser übernatürliche Twist, dass sie dann vielleicht irgendwie auch als böses Wesen zurückkehrt oder so? Aber nein. Und da war es der erste... Das war wirklich das erste Mal, wo ich wirklich dachte, okay, vielleicht stimmt das ja wirklich mit diesen bösen Erscheinungen, weil bis dorthin war ich relativ sicher, nein, das ist nur in ihrem Kopf alles. Aber gerade in dem Moment, wo sie sich umbringt, wäre es doch viel spannender, wenn es eben nicht stimmt, weil du dann eben denkst, okay, gucke ich jetzt dabei zu, wie die zwei Söhne grausam verenden, weil die Mutter sich umgebracht hat und sie kommen damit eben nicht klar und deswegen ist die Mutter eigentlich schuld aufgrund ihrer, ich nenne jetzt mal deine Wording, Psychosen, dass die Jungs jetzt da alleine sind. Sie hat ihr nicht nur das alles eingetrichtert, sondern sich dann auch noch umgebracht. Und dann hatte ich auch noch kurz Angst, weil sie erzählt ja immer, das Böse erzählt ihr, dass sie dazu gezwungen sein wird, ihre Kinder aufzuessen. Und das wird so oft genannt, dass ich dachte, okay, hoffentlich passiert das nicht am Ende, dass wir zugucken, wie eine Mutter ihre eigenen Kinder auffrisst. Hier ist wieder Thematik in meinem Kopf, stelle ich mir die schlimmeren Sachen vor. Und dann hatte ich eben Angst, dass als die Mutter sich dann umgebracht hat, dass am Ende ein Kind das andere auf ist oder so. Oh Gott, also ich bin da gerade da, in dem Moment ist bei mir alles dann durchgebrannt. Und deswegen fand ich es eher in die Richtung, ein Beweis dafür, dass es nur eine Psychose war, weil dann die Geschichte so viel spannender gewesen wäre, wie die zwei, obwohl gar nichts ist eigentlich, sondern nur in ihrem Kopf wirklich wie alles zugrunde geht. Nee, also das war der Moment, wo ich dachte, okay, vielleicht ist ja wirklich irgendwas dran, weil davor hat es, hat der Film es nicht geschafft, mich wirklich dafür zu überzeugen, dass es wirklich etwas Böses gibt. Da gab es einfach so kleinere Hinweise, zumindest aus meiner Perspektive, alleine wie das schon so vorgestellt wird, wenn die Söhne halt sagen, ja Mama erzählt das und so. Und man muss ja auch sagen, dass diese Bestrafung, die sie ihren Sohn zufügt, dieses, dass sie in so einer Art Loch im Boden dann gesperrt werden, da müssen sie irgendwie Liebe geben oder so. Ja, damit das Haus noch funktioniert, sie müssen das Haus aufladen mit ihrem Glauben und ihrer Hoffnung. Nee, nicht Hoffnung. Es gibt ja auch so Sachen, dass die Mutter davon erzählt, dass ihr Vater das gebaut hat und wo man ja auch immer so, also ich zumindest rausgehört, dass das vielleicht auch in der Kindheit der Mutter ein paar Sachen nicht so ideal gelaufen ist. Ja, und es wird erzählt, dass sie selbst, sie sagt ja nicht, dass sie nur vom Bösen berührt wird, sondern die deutet schon an, dass irgendwas mit ihr besonders ist. Also, dass sie so ein bisschen Angst hat, dass sie oder irgendjemand das Böse in die Welt erst getragen hat oder irgendwas ist ja da auch noch, also dass irgendwas mit ihr auch besonders sei. Also das war auch eine erste Überraschung für mich, dass die Mutter sich da umbringt. Damit habe ich nicht gerechnet und das fand ich dann eigentlich ziemlich cool, weil ich dann dachte, okay, wir gucken jetzt einfach nur diesen zwei Kindern zu. Und was ich dann auch noch interessant fand, der Film hatte eine, wie ich finde, sehr solide Grundspannung, aber die Szene, die ich wirklich, wirklich spannend fand, war die, in der dieser Wanderer dann zum Haus kommt. Ja, weil genau, da kommt ein Mann, ein Wanderer und du fragst dich in dem Moment wirklich, ist der echt oder nicht? Aber da spricht er jetzt, was ich vorhin meinte mit dem Geflüster, und das, was die Mama erzählt, das Böse will euch austricksen, aber sie sehen doch das Böse nicht in der Filmlogik, wenn es sie nicht berührt hat. Also müssen die doch eigentlich wissen, immer wenn ein Fremder kommt, kann das nicht das Böse sein, weil wir es ja nicht sehen können, oder? Und das ist ja das Interessante, der Rebellensohn, für den ist ja klar, aber der andere, der ist ja auch schon so in seinem eigenen Tunnel, auch gerade nach dem Tod der Mutter, es ist ja sogar so weit, dass der Rebellensohn dann Essen von diesem Mann bekommt, oder ich meine, der Mann stirbt halt, weil der Muttersohn ihn umbringt, aber selbst das Essen verschmäht er ja zu Beginn, der ist ja wirklich so in sehr, in diesem Tunnel drin, man kann natürlich sagen, er ist auch in dem Tunnel drin, weil er geschockt ist, weil er seiner Mutter tot ist, das kann man auch. Ja und du musst dir auch vorstellen, also klar, wir als Zuschauer, wir haben das jetzt 45 Minuten gesehen, aber wenn du wirklich so aufwächst und denkst, dass es alles war, dann weiß ich auch nicht, ob ich den nicht erschossen hätte oder das nicht gegessen hätte. Und das ist halt ein interessanter Aspekt, weil ich habe ein paar Dokumentationen auch gesehen von so Familien, so Sekten oder religiösen Familien oder auch so Neonazi-Familien, die ja wirklich ihren Nachwuchs ab Minute eins quasi indoktrinieren und es gibt ja auch wirklich dann trotzdem Leute, die es Gott sei Dank geschafft haben, da zu entkommen und es hat mich so ein bisschen daran halt irgendwie erinnert, weil der eine Sohn wurde halt komplett indoktriniert und der andere hat es warum auch immer, vielleicht einfach, weil er vom Wesenszug einfach Rebell ist, ich weiß es nicht, geschafft sich da ein bisschen so dagegen zu stemmen. Vielleicht auch, weil er einfach auch raus möchte. Ich meine ganz ehrlich, wenn du zehn Jahre lang nur in diesem Haus wohnst und das Interessante ist, das irgendwie Eichhörnchen zu jagen, irgendwann fällt dir ja auch die Decke auf den Kopf. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber es gibt, wie gesagt, in dem Fall ist es ja auch so, dass es ganz konkret auch Anlässe gibt zu zweifeln, aber bei ganz vielen Dingen weißt du das ja nicht, das hinterfragst du ja nicht. Also wir auch in unserem Leben, wir nehmen das einfach an, weil wir es so gelernt haben und dann noch Gehirnwäsche obendrauf. Also ich kann schon nachvollziehen, wie der Sohn, der eher noch daran hängt, oder was heißt eher, der daran noch hängt, warum der so, ich kann beide nachvollziehen. Ja, durchaus. Ich habe halt nur das Problem und ich springe jetzt mal zum Ende. Ich mag das Ende nicht. Das Ende, okay. Ich erzähle es kurz nach und dann kannst du sagen, welches Ende und was dir daran nicht gefällt. Also irgendwann passiert es, ich weiß gar nicht mehr wie, dass der Sohn, der so an der Mutter hängt, der wird vom Bösen infiziert und weil er im Wald irgendwie, sein Seil wird da losgelassen und die sind dann beide aber wieder im Haus und der ist dann vermeintlich offensichtlich vom Bösen besessen, zündet auch das Haus an und der andere Junge, der Rebelljunge, der versteckt sich aber, als es dann verbrennt, im Keller. Das ist das eine, bevor ich jetzt zum Ende komme und draußen, im Film wird so angedeutet, dass es, wird eine Polaroid-Kamera gezeigt und die Mutter sagt, es ist noch ein Foto drin und irgendwann macht ihr davon bitte ein Foto von was, was euch, ein wertvoller Moment eben. Und während das Haus so abbrennt, wird der Sohn dann draußen sitzen, der das Haus angezündet hat und von sich ein Foto, mal ein Selfie machen im Hintergrund des Brennendehauses. So, das eine. Und dann sehen wir Schnitt, das Haus ist abgebrannt und wir sehen aber dann, dass ein Rettungshubschrauber kommt mit Rettungskräften, die den Jungen retten, der eben der Rebell ist. Wir wissen also jetzt offensichtlich, die Frage ist geklärt, es gab keine Apokalypse oder zumindest gibt es noch andere Menschen, die leben. und im Hubschrauber dann sehen wir auch, dass nicht nur der Rebellensohn überlebt hat, der fragt auch direkt, wo ist mein Bruder, sondern auch der andere Bruder. Und der Bruder sagt dann eben, nimmt die Maske ab und sagt, sie liebt mich mehr. Und dann ist das Ende Ende Schnitt auf das Polaroid und im Polaroid sehen wir eben das Selfie mit dem brennenden Haus und auf der Hand des Jungen liegt eine Dämonenhand oder was auch immer. Und damit ist der Film zu Ende. Und was stört dich jetzt? Genau, es gibt ja, das kann ich noch kurz sagen, einen Moment, wo dem Rebellensohn im brennenden Haus die Mutter nochmal erscheint und er stößt sie dann in diese, ich nenne es mal dieses Loch. Stimmt, ja. Und dann verwandelt sie sich halt in so eine Art Schlangenfrau, die mich ein bisschen erinnert hat, so vom Look her, wie ein bisschen Selma Hayek in From Last of the Dorn, wenn die sich verwendet. So ein bisschen so ähnlich sah das aus. Kenn ich nicht, deswegen weiß, kann ich da nicht mitreden. Ja, ist okay. Nein, was mich, ich mag es ja, wenn Filme offen enden, aber dieser Film, der ist so zwischen allen Stühlen, Flugzeug oder das Hubschrauberende war es, pardon, Hubschrauber, nicht Flugzeug, da komme ich Hubschrauber, war für mich sehr deutlich, dass es zeigt, nee, die Welt ist nicht untergegangen, weil auch dieses Böse sich ja vorher immer sehr klar gezeigt hat und jetzt sind sie im Hubschrauber und da sind irgendwie zwei, drei Leute um sie rum und man sieht ja auch die Außenwelt und das sieht relativ, also für mich sieht das normal aus. Deswegen für mich das, dieses Art von Ende war klar, okay, vermutlich hat sich die Mutter das alles nur eingebildet. Dann hast du aber diese Szene mit dem Polaroid und dieser, ich nenne es mal Dämonenhand da, und das ist wieder so, oder vielleicht doch nicht und das fand ich irgendwie billig. Ich hätte mir dann entweder ein klares Ende gewünscht oder wenn du es offen lässt, dann lass es auch richtig offen, aber nicht so, es ist ein gutes Ende oder doch nicht. Nee, genau die Diskussion hatten wir auch und für mich, weil ich kam dann so raus und meinte, ja, ist ja ein eindeutiges Ende und mal mit Kugeln eben, hä, die ist überhaupt nicht eindeutig, weil genau das gleiche wie du, dass das eben doof ist, dass der Film sich jetzt mal einigen soll, aber für mich ist durch das Foto eindeutig klar, dass es das Übersinnliche wirklich gibt und das passt für mich. Und die Frage ist halt nur, gibt es das nur in diesem Wald? Weil ich würde dir ja recht geben, aber dann verstehe ich nicht, dass mit dem Hubschrauber, mit dem Neustrufbau. Ich erkläre es dir, ich erkläre es dir, ganz klar, dafür bin ich da. Also wir haben ja die Thematik mit der Schlange, das ist ja eine Symbolik, die oft verwendet wird und wie schon angedeutet wird, die Mutter sagt ja auch, dass irgendwas mit ihr besonders ist oder mit ihrer Familie, deswegen hat auch ihr Vater dieses Haus gebaut, weil die wussten irgendwie, was mit diesem Bösen zu tun ist. Und für mich war die Symbolik so, dass, oder für mich passt es so zusammen, dass die Mutter die Welt vor dem Bösen geschützt hat. Und deswegen hat sie diese Geschichte draufgepropft von, es gibt niemand anderen, wir sind die Einzigen. Aber dieses Böse existiert wirklich und sie wusste, wenn sie aus diesem Wald rausgehen, dann bringen sie das in die Welt rein. Und deswegen war das für mich ein cooles Ende, weil dadurch, dass der Sohn, der auch infiziert ist, der böse Sohn, jetzt in die Welt gelassen wird, war für mich klar, okay, jetzt ist der Virus los, jetzt ist das Böse losgelassen auf die Welt. Und deswegen hat es für mich funktioniert. Und ich fand es sogar ganz cool. Also, es ist eine schöne Theorie. sie ergibt auch so, aber das Problem ist halt, dann hätte es der Film vielleicht ein bisschen besser darstellen müssen. Denn es sagt ja schon viel aus, dass nur du, ich sage, du bist cleverer als wir alle, das ist klar, aber dass nur du bis jetzt von denjenigen, die den Film gesehen haben, die ich geredet habe, bist du die Einzige, die das so interpretiert hat. Ja, aber ist es nicht das Coole? Ich sage nicht, dass deine Interpretation falsch ist. Ich sage nur, es ist ein gutes Anzeige. Ich habe jetzt mit zwölf Leuten über diesen Film geredet und du bist die erste Person, die das so interpretiert hat. Und wenn das wirklich so sein sollte, dann muss ich sagen, dann hätte der Film es aber echt klare herausstellend. Ja, okay, aber dann können wir hier eine Diskussion aufmachen von, ist der Film der jetzt zu plump oder ist er dir nicht klar? Ist er dir, also was ist er jetzt? Also hätte er dir, okay, nee, das passt, er ist einfach zu plump, er ist nicht klar genug. Das passt ja, schlägt ja in die gleiche Kerbe. Willst du, dass ein Film Sachen ganz klar erklärt oder willst du, dass noch Interpretationsraum übrig Das ist bei jedem Film individuell an. Ja, und ich sehe durchaus auch das Argument, dass dieser Film hier vielleicht unfreiwillig Raum für Interpretation freilässt und das ist dann natürlich, das will man ja eigentlich nicht. Aber das fand ich, hat mir Spaß gemacht an dem Film, dass ich das Gefühl hatte, der sagt, hier sind die Puzzleteile, du kannst sie dir selbst zusammensetzen. Wobei, ich muss, wie gesagt, auch einräumen, so klug ist der Film dann wahrscheinlich? Doch nicht. Aber in meine Interpretation hat es reingepasst. Ich habe aber auch noch eine Frage zu dem Film. Ich habe da nämlich was überhaupt nicht verstanden und da können wir auch gern weiter drüber diskutieren. Ich helfe immer gerne aus, wo ich kann. Also, sie spricht ja, sie zeigt ja diese Polaroid-Kamera, die Mutter, als sie noch lebt und zeigt dann ein Foto von sich und sagt, so sah ich früher aus. Und auf diesem Foto, das ist doch nicht Halle Berry, das ist doch eine weiße, blonde Frau. Doch. Hä? Nein, das war Halle Berry und fand ich und ich glaube, da war noch vielleicht irgendjemand drauf im Foto. Nee, das war für mich Halle Berry. Was ich interessanter fand, ist, dass sie halt sehr rebellisch gezeigt, also das ist rebellisch, aber sie sah halt so ein bisschen aus wie ein Hippie, sag ich mal. Ja. Und das fand ich wieder ganz interessant, weil sie ja im Laufe des Films auch mal von ihrem Vater erzählt und was sie so erzählt, das klang für mich, als ob der Vater eher ein bisschen religiöser und strenger war. Sie wurde dann auch Gehirn gewaschen, weil sie sagt ja, sie hat ja auch viele Tattoos und sie sagt ja auch, als es früher noch nicht Apokalypse war, habe ich mir die stechen lassen. Aber wenn das keine blonde, weiße Frau ist auf dem Polaroid, dann habe ich keine Fragen, weil das hat mich so irritiert. Hä? War die früher jemand anders? Check ich nicht. Also ich habe das, wie gesagt, ich habe das jetzt nicht auch jeden Frame jetzt wirklich mir abgespeichert in meinem Kopf, weil mein Kopf Das wäre ja Quatsch, also es wäre so sinnfrei, wenn die, ja. Aber für mich, für mich war das Hellberry, die irgendwie wahrscheinlich via KI oder so ein bisschen auf Jung gemacht worden ist und die einfach aussah wie ein Hippie und dann dachte ich mir so, okay, vielleicht kommt damit auch so ein bisschen diese Sache zum Vorschein, weil es ist ja oft so, dass Kinder, die nicht nach den Eltern kommen, dann auch vielleicht ein bisschen trotzdem nach der Liebe der Eltern, wie gesagt, das ist so ein Fass ohne Boden. Also was man dir im Film lassen kann, wenn du den guckst und hast einen richtigen Gesprächspartner, wie meine werte Kollegin, die Yoshi, dann kannst du nach dem Kino dich bei einem Kaffee, Tee, Bier, was auch immer, bestimmt stundenlang ein bisschen Film unterhalten. Das ist eine Qualität, die ist sehr viel wert. Ja und was ich auch gut finde, ich meine, man kann, klar, wir hatten schon das Thema, okay, die Geschichte ist vielleicht nicht neu und man kommt relativ schnell auf den Trichter, dass es vielleicht gar nicht stimmt, was der Film ja auch eigentlich möchte und dem Film dann aber vorzuwerfen oder die Diskussion darüber aufzumachen, was ist, wenn du einen Twist erwartest und dieser Twist kommt dann, ist das dann schlecht und wäre dieser Film eigentlich besser gewesen, wenn der Twist dann nicht gekommen wäre? Aber in diesem Fall, finde ich, ist diese Frage ein bisschen ausge... Also klar, es stimmt wirklich, dass es nicht die Apokalypse gab und das ahnt man vorher und vielleicht ist man dann ein bisschen gelangweilt und denkt, ja okay, es wäre viel cooler gewesen, wenn das stimmt, was die Mutter da erzählt hätte. Ich habe jetzt schon damit gerechnet, dass das nicht stimmt und dass das der große Twist am Ende ist. Ja, okay. Aber dadurch, dass wir jetzt so drüber diskutieren und mit diesem Foto eben dieses Ja oder doch nicht aufgerufen wurde, finde ich, ist das doch ein bisschen entschwächt oder stört dich das, dass der Film eigentlich dann doch das macht, was man irgendwie erwartet hat? Es ist mir glaube ich, also dass er diesen, nenn es mal Twist hat oder nicht hat oder so... Also andersrum, hätte es dich mehr überrascht, wenn am Ende tatsächlich es das Böse gegeben hätte und die Apokalypse ist wirklich passiert, hättest du das besser gefunden? Es hätte mich, glaube ich, genauso wenig überrascht oder genauso viel überrascht. Letztlich ist die, für mich die Qualität des Films gar nicht so sehr, dass er einen Twist hat oder keinen Twist hat, sondern halt mehr, dass er einem halt anbietet, über das Ende und das Geschehene halt zu spekulieren und zu interpretieren und zu reden. Und wenn ich mir denke, dass ich dachte, das wird so ein Quiet Place Klon, weißt du, wo einfach klar ist, Mutter kämpft um zu überleben und warum auch immer haben sie Seile dabei, war ich dann von dem Ergebnis dann positiv überrascht und da ist es mir ehrlicherweise auch egal, ob das jetzt mit Twist oder ohne ist. Vielleicht auch, weil diese Zeit mich mittlerweile auch so, irgendwie habe ich das Gefühl, die Leute erwarten auch mittlerweile bei jedem Horrorfilm und jedem Thriller irgendwie den total mega geilen Twist und vielleicht ist es mal in der Zeit, dass man den Leuten klar macht, es muss sich immer ein Twist haben. Genau und vielleicht hätte dieser Film, kann man dem Film das vorwerfen, dass er dann, man dreht mit den, man rollt die Augen und sagt, ja, okay, wieder so ein Twist und es wäre vielleicht, dann kann man ihm das vorwerfen, dass es cooler gewesen wäre, wenn dieser Twist, den ja, wie du jetzt gerade sagst, vermeintlich alle erwarten, wenn er das denn mal nicht gemacht hätte und dann wäre so ein bisschen, nee, jetzt hätte ich einen anderen Film fast gespoilert, aber dass der Twist ist eigentlich, es gibt keinen Twist, weil alles ist voller Twists, Twist-Übersättigung und dass es dann vielleicht cooler ist, da wieder ein bisschen zurückzurudern. Eine Theorie. Also was, was ein krasser Twist wäre, ist, wenn rauskommende Würger sind die im Weltall oder so, das wäre wirklich okay. Das wäre sehr bliecht, glaube ich. es ist alles nur eine Illusion und sie schlafen eigentlich irgendwo. Ja, ja, okay, das wäre auch scheiße. Es dürfte keinen Twist geben, das wäre die dann die Besonderheit. Ich meine, mein Lieblingstwist ist immer noch aus dieser Serie Dallas, wo einer der Hauptfiguren erschossen wird und weil dann die nächste Staffel nicht gut ankam, haben sie dann in der nächsten Staffel es so gemacht, dass alles, was passiert ist seit dem Schuss, ist nur ein Traum gewesen von dem Typen. Das muss man sich auch mal trauen. Aber gut, ich schweife ab. Meine Liebe, du bist wieder der Spoiler-Stu, ist wieder am Start. Der Spoiler-Stu, also ruft mich an, ich spoilere euch alles. Ihr Lieben, ich glaube, liebe Schlöcker, wir sind am Endpunkt dieser Besprechung erreicht. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Der Film startet am 26. September in den Kinos und ich glaube, dass Schlöcker und ich durchaus sagen, guckt euch den gerne mal an, wenn er euch interessiert. Es sollte sich für euch lohnen. Und diskutiert mit. Auf jeden Fall. Dafür könnt ihr auch gerne bei Discord vorbeischauen. Wir sind nämlich ein sehr community-orientiertes Projekt und wir haben einen Discord-Server. td-stammtisch slash Discord. Da könnt ihr mit uns darüber reden, über den Film, über Serien, über andere Filme, Feedback abgeben oder einfach nur ein bisschen Spaß machen, irgendwelche lustigen Bilder posten. Hauptsache, sie sind jugendfrei. Kommt da gerne vorbei und da trefft ihr nicht nur die Schlöcker und mich, sondern auch ganz viele andere. Eigentlich alle unsere Kollegen. Es lohnt sich ja. Ansonsten haben wir eine Webseite www.telemoist-stammtisch.de und da findet ihr alle unsere Besprechungen und ich merke gerade, dass ich müde bin und deswegen sage ich immer nur vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Nein, lass niemals diese Besprechung los, du. Nein, sonst kommt das Böse in die Welt. Schlöcker macht jetzt mal einen auf Werbefernsehen und sagt dann auch Tschüss. Tschüss. Ja, mein Werbeblog Schlöcker ist der Künstlername Johanna Baumann. Ich bin Autorin und Comiczeichnerin. Hä, Comiczeichnerin? Ja, genau. Guckt doch einfach mal auf Schlöcker.de. Da seht ihr, könnt ihr ganz viele Comics umsonst lesen oder wenn ihr lieber das Haptisch haben wollt, geht in den Schlöcker-Shop.de. Da könnt ihr die Bücher kaufen oder ihr sagt, Webseiten, die sind ja so 2009. Ich will Social Media. Dann gibt es natürlich auch überall, wo ihr auch den Tele-Stammtisch findet. Überall, wo es Likes gibt, den Tele-Stammtisch und mich, The Schlogger, also englischer Artikel. Und da könnt ihr auch gerne lesen und mit an Community teilhaben und auch gerne hier diskutieren. Sagt uns doch, wie ihr den Film und vor allem das Ende deutet. Wir freuen uns drauf und dann bis zur nächsten Besprechung. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.